Oldenburg gegen Elfersberg. Siegquote des Favoriten. Elfersberg 2,45. Der schwarze Würfel. Favorit verliert. Es ist eine 1 zu tippen. 1860 gegen Meppen. 1860 ist Favorit. 1,6. Der grüne Würfel. Eine 1. Favorit Zwickau gegen Duisburg. Siegquote 2,35. Der schwarze Würfel. Eine 1. Favorit Rot-Weiß Essen gegen Viktoria Köln. Siegquote 2,15. Der blaue Würfel. Eine 1. Favorit Freiburg 2 gegen Halle. Siegquote 2,35. Der schwarze Würfel. Eine 2. Favorit Saarbrücken gegen BVB 2. Siegquote 1,9. Der blaue Würfel. Eine 2. Dynamo Dresden gegen Verl. Siegquote 1,65. Der rote Würfel. Eine 1. Favorit Waldhof Mannheim gegen Aue. Siegquote 2,15. Der blaue Würfel. Eine 1. Wiesbaden gegen Bayreuth. Siegquote 1,7. Der rote Würfel. Eine 1. Osnabrück gegen Ingolstadt. Siegquote 2,3. Der schwarze Würfel. In X unentschieden.